In dieser Folge unseres Lehrpodcasts geht es um eine dramatische Wende im hundertjährigen Krieg. Johanna von Orléans betritt die historische Bühne. Ja, in dieser Geschichte kommt vieles vor und sie schillert zwischen hochkomplex und sehr einfach. Aber das macht ja auch gerade ihren Charme aus, denke ich. Wir haben ja in den letzten Podcasts gehört, dass die politischen und die kirchlichen Verhältnisse in Europa vor und nach 1400 ziemlich kompliziert waren. In Frankreich besonders, mit den Päpsten in Avignon und dem Kampf um den Thron in Paris. Ja, dann beginnen wir doch, wo wir immer beginnen, mittendrin und analysieren dann in einem zweiten Schritt. Machen wir. Wir hören einen eingebetteten Ausschnitt aus einem Augenzeugenbericht. Ja, und wer das nochmal nachlesen will, der findet in der Beschreibung unseres Podcasts immer auch Hinweise auf die Quellen, die wir verwendet haben. Wir lassen die legendenhaften Verklärungen außen vor. Am 24. Februar 1429 traf eine junge Frau von etwa 17 Jahren an der Burg Chinon an der Loire ein. Chinon war zu diesem Zeitpunkt der Rückzugsort des Dauphin, des französischen Thronfolgers Karl. Allerdings war Karl im Februar 1429 kein Thronfolger mehr, obwohl er der älteste Sohn seines Vaters, des französischen König Karls VI. war. Er war von der Thronfolge ausgeschlossen worden. Und die junge Frau, Johanna, ein Bauernmädchen aus Domremy, in Lothringen war gekommen, um ihn im Auftrag Gottes zu ermutigen und zu drängen, für seine Krone zu kämpfen. Seit einigen Jahren hatte Johanna regelmäßige Visionen, in denen ihr der Erzengel Michael, die heilige Katharina von Siena und die heilige Magdalena erschienen und ihr einen Auftrag erteilten. Die Heiligen verlangten, dass sie Orléans aus der Belagerung durch die Engländer befreien solle und dass sie den Thronfolger Karl, den Dauphin, nach Reims zur Königskrönung geleiten solle. Deswegen war sie nach Chinon gekommen, von Lothringen nach Chinon. Das war ein weiter Weg. Frankreich befand sich im Krieg, Soldaten waren unterwegs und für ein Mädchen oder eine junge Frau war das keine ungefährliche Reise. Vielleicht wollte sie auch deshalb Männerkleidung tragen. Sie hatte die Amtsträger in ihrer Heimat schließlich von ihrer Ernsthaftigkeit überzeugt und man hatte sie bis nach Chinon geleitet. Ihr Anliegen wurde dem Dauphin vorgetragen und er beschloss, sie auf die Probe zu stellen. Er gesellte sich unter sein Gefolge am Hof, aber Johanna erkannte ihn und er zog sich mit ihr zu einem Gespräch zurück. Ein Zeuge dieser Begegnung berichtete viele Jahre später, Er sagt, dass jene Pussell im Geheimen mit dem König sprach und ihm bestimmte geheime Dinge sagte. Welche weiß er nicht. Nur, dass wenig später der König nach einigen Leuten seines Rats schickte, zu denen auch der Sprechende gehörte. Der König sagte zu ihm, dass jene Pussell ihm gesagt habe, sie sei von Gott zu ihm geschickt, um ihm zu helfen, sein Reich wieder zu erlangen, das damals zum großen Teil von den Engländern, seinen alten Feinden, besetzt war. Hucsell. Um das noch zu klären, das bedeutet Jungfrau. Johanna galt den Zeitgenossen als Jungfrau. Und so lautete dann auch ihr späterer Titel, Jungfrau von Orléans. Ja, das ist irritierend, aber man unterzog Johanna sogar einer handgreiflichen Probe, um auszuschließen, dass sie mit dem Teufel oder Dämonen im Bunde sei, was bei einer Jungfrau ausgeschlossen wurde. Frauen mussten da schon einiges ertragen. Ja, alles in allem war das schon eine seltsame Situation. Ein verzagter Thronfolger, der kein Thronfolger mehr war, wird von einer energischen Bauerntochter im Auftrag des Herrn dazu aufgefordert, seine Krone zu beanspruchen und lässt sich darauf ein. Ja, und wenn Sie den päpstlichen Hof in Avignon 50 Jahre vorher ansehen, wo verzagte Kardinäle auf kirchenpolitische Konsequenzen verwiesen, falls man so radikale Schritte wie die Rückkehr nach Rom unternehme und Sie an Katharina von Siena und Birgitta von Schweden denken, die energisch zur Rückkehr des Papstes nach Rom aufriefen, dann war dies schon eine Zeit zögerlicher Männer und entschiedener Frauen an französischen Höfen dieser Zeit, auch wenn Avignon im engeren Sinne nicht zum Königreich Frankreich gehörte. Wobei die Konsequenzen nach der Rückkehr nach Rom mit dem Schisma ja durchaus eingetreten sind, wie wir das auch beim letzten Mal gesehen haben. Das stimmt. Aber es ist doch interessant, dass Johanna hier die Politiker am Hof des französischen Thronfolgers drängt. Schluss mit der Politik. Zeit für eine radikale militärische Lösung. In einer hochgradig komplizierten Lage. Im Grunde war das ein Alexander der Große im Moment. Ja, zu der hochgradig komplizierten Lage müssen wir jetzt kommen. Ich würde sagen, wir gehen das ganz klassisch in drei Schritten an. Schlage vor, erstens die politische Situation in Frankreich zur Zeit von Johanna zu betrachten. Zweitens dann Johannas Mission bis zur Krönung Karls VII. in Reims. Und drittens Johannas Gefangennahme und den Prozess. Bei drei Punkten sind wir auf der sicheren Seite. Mit einem Ausblick auf das Ende des Krieges, würde ich sagen. Das klingt sinnvoll. Gut, dann beginnen wir erstens mit der politischen Lage in Frankreich, die ja schwierig genug war. Wir müssen uns da, glaube ich, etwas langsamer hereinarbeiten. Wenn wir 1429 beginnen, als Johanna zum ersten Mal in Erscheinung trat, müssen wir sagen, dass es nicht gut um den französischen König stand. Genau genommen gab es gar keinen französischen König Frankreichs. Der populäre, aber sehr kranke König Karl VI. war 1422 gestorben. Er hatte die letzten 30 Jahre seiner Herrschaft unter schweren Schüben von geistiger Umnachtung gelitten. Man hält das heute für Schizophrenie. Die Regierung wurde von seinen Brüdern geführt, die auch eigene Interessen hatten. Daraus war ein scharfer Machtkampf am Hof geworden. Ja, und im August 1415 war der englische König Heinrich V. mit einer großen Armee in der Normandie gelandet. Der Krieg war wieder in eine heiße Phase getreten. Nachdem er zuvor länger ruhig gewesen war. Auch weil die Engländer selbst mit ihren Königen beschäftigt waren. Aber Heinrich V. hatte einen starken Start in Frankreich. Er knüpfte im Grunde an die Schlachten seiner Vorgänger an, von denen wir schon gesprochen haben, an Chrissy und Poitier. Das tat er allerdings mit einem ganz großen Auftritt. Im Oktober 1415 traf eine zahlenmäßig weit unterlegene englische Armee bei Agencourt auf eine überlegene französische Armee. Shakespeare hat die Ansprache des englischen Königs Heinrich V. an seine Soldaten vor der Schlacht in eindrucksvolle Worte gefasst. We few, we happy few, we band of brothers. Die Engländer siegten. Deutlich. Sie hatten nur geringe Verluste. Die Franzosen beklagten dagegen hohe Verluste. Wieder waren die englischen Langbogenschützen entscheidend am Sieg beteiligt. Die Niederlage war für den französischen König besonders bedrohlich. Er hatte viele der besten Ritter verloren, die er aufbieten konnte. Und er hatte nun auch Gegner im eigenen Land. Darauf sollten wir noch etwas genauer schauen. Im Grunde wurde dieser Krieg mit den Engländern ja durch einen französischen Bürgerkrieg überlagert, der sich aus den Machtkämpfen am Hof entwickelt hatte, wo es sogar zu einem brutalen Mord gekommen war. Lässt sich das knapp und übersichtlich zusammenfassen? Das ist allerdings eine Herausforderung. Also, der Wahnsinn des Königs hatte seinen Bruder, den Herzog von Burgund, an den Hof gezogen. Dieser Herzog, Philipp der Kühne, war mit der Erbin der Grafschaft Flandern verheiratet. Und Paris bot die Möglichkeit, diese beiden Herrschaften, Burgund und Flandern, aus ähnlicher Entfernung heraus zu regieren und dabei manche Rechnung für die berühmte burgundische Hofhaltung über die Kasse des Königs abzurechnen. Und dann gab es doch auch noch einen Bruder, den Herzog Ludwig von Orléans. Genau. Auch er verfolgte eigene Interessen in Paris. Das waren also die Akteure des Machtkampfes am Hof Karls VI. von Frankreich. Seine beiden jüngeren Brüder, Philipp und Ludwig. Man hat die beiden rivalisierenden Parteien auch die Bourguignon und die Armagnac genannt. Das waren die Parteien von Burgund und Armagnac. Armagnac, das war die Partei des Herzogs von Orléans. Und dem gelang es schließlich, die Burgunder am Hof zurückzudrängen. Was die Burgunder sich nicht gefallen ließen, wenn ich das richtig sehe. Nein. Der burgundische Herzog Philipp der Kühne war 1404 gestorben. Und sein Sohn Johann ohne Furcht gab nun einen politischen Mord in Auftrag. Am 23. November 1407 wurde Herzog Ludwig von Orléans in Paris brutal ermordet. In der Folge kam es zu einem Bürgerkrieg zwischen den Burgundern und den Armagnac der Partei von Orléans mit wechselndem Geschick. Der Thronfolger Karl suchte die Nähe der Armagnac und die Burgunder verbündeten sich mit den Engländern. Vier Jahre nach dem englischen Sieg bei Agencourt 1415 kam es bei einem Friedensgespräch zwischen dem Thronfolger und dem Herzog von Burgund zu einem Handgemenge, das aber eventuell schon vorher geplant war. Und dabei erstach der Thronfolger oder einer seiner Begleiter, das ist nicht ganz klar, den Herzog von Burgund. In der Folge dieser Tat verbanden sich die Burgunder jetzt noch enger mit den Engländern. Sie eroberten Paris, der Dauphin, also der Thronfolger, floh. Und er wurde nun von der Thronfolge ausgeschlossen. Das geschah 1420 durch den sogenannten Frieden von Troyes. Nach der Tötung des Herzogs von Burgund wurde der bisherige Thronerbe, der Dauphin Karl VII., von der Thronfolge in Frankreich ausgeschlossen. Der junge englische König Heinrich V. wurde als Thronfolger eingesetzt. Er sollte den Thron erben, wenn der französische König starb. Zur Festigung dieses Bündnisses heiratete Heinrich V., die Tochter des französischen Königs. Die französische Königsfamilie hatte die Krone und die Hauptstadt verloren. Eine gewisse Rolle hatte die Königin dabei gespielt, die sich mit ihrem Sohn überworfen hatte. Sie war eine bayerische Prinzessin, Isabeau de Bavière. Ja, die Familienverhältnisse der französischen Krone waren in dieser Phase nicht direkt harmonisch. Wir fassen nochmal kurz zusammen. Die Engländer hatten 1415 einen Angriff auf Frankreich unternommen und schon bald bei Agencourt einen entscheidenden Sieg errungen. Die Franzosen waren durch einen schwer kranken König geschwächt und durch die Machtkämpfe am Hof in zwei Lager gespalten, die Burgunder und die Ammaniac. Beide Lager befanden sich im Kriegszustand. Die Anführer beider Lager wurden Opfer von Attentaten. Das Attentat gegen den Herzog von Burgund im Jahr 1419 führte der Thronfolger Karl wahrscheinlich sogar persönlich aus. Die Burgunder verbündeten sich mit den Engländern und schlossen Karl von der Thronfolge aus. Das geschah 1420. Neuer König von Frankreich sollte nach dem Tod Karl VI. der englische König Heinrich V. werden. Ja, das klingt ja, als habe der englische König 1420 das Ziel erreicht, das sein Vorgänger Edward III. 1340 mit seinem Anspruch auf den französischen Thron ausgegeben hatte. Tja, aber jetzt brauchen wir unbedingt noch einmal Shakespeare. Allerdings King Lear mit einem unbedingten Mittelalter-Zitat. Fortune, good night, smile once more and turn thy wheel. 1420 schien für Heinrich V. alles erreicht. Er war zum Thronfolger des wahnsinnigen, todkranken französischen Königs ernannt. Im Juni heiratete er die Tochter des Königs und würde beide Dynastien in einer großen Herrscherfamilie zusammenführen. Der französische König war alt, schwer krank und regierungsunfähig. Heinrich V. war einer der begabtesten Könige in der Geschichte Englands. Er war jung. Die Zukunft lag vor ihm und Fortuna lächelte und drehte ihr Rad. Und keine zwei Jahre später war Heinrich V. tot. Gestorben an der Ruhr, noch auf dem Feldzug. Gestorben noch vor dem alten französischen König. Sein junger Sohn war erst wenige Monate alt. Als er dann als junger Mann die Krone übernahm, zeigte sich bald, dass er die Geisteskrankheit seines Großvaters geerbt hatte. Ja, so spielt manchmal das Schicksal. Ja, und so kam der Krieg dann schließlich in Form der Rosenkriege doch noch nach England. Aber das ist eine andere Geschichte. Sie zeigt, dass Triumphe schnell vergehen können. Ja, das ist in der Tat eine andere Geschichte, die wir in dieser Podcast-Reihe auch nicht mehr unterbringen können. Wir haben für diesmal auch schon ziemlich komplizierte Zustände versammelt. Und es ist Zeit für Punkt zwei, würde ich sagen, Johannas Mission. Wir waren ja eingestiegen bei ihrer Zusammenkunft mit Karl, dem enterbten Thronfolger in Chinon. Zu Karl und Johanna sollten wir wieder zurückkehren. Das tun wir. Dann wird es auch wieder etwas übersichtlicher. Also, in Chinon auf der Burg konnte Johanna den Thronfolger davon überzeugen, dass sie im Auftrag Gottes unterwegs war, um die Engländer zu bekämpfen und Karl auf den Thron Frankreichs zu bringen. Zumindestens konnte sie seine größten Zweifel zerstreuen und so viel hatte er in seiner Lage ja auch nicht zu verlieren. Sie musste sich dennoch in tour-eingehenden Befragungen durch Geistliche unterziehen, die sie aber offenbar bestand. Sie wurde für die Reise nach Orléans ausgestattet, wo sie die Engländer zurückschlagen wollte und sie zog dann über Blois nach Orléans. Warum war Orléans nun so wichtig? Nun, Orléans galt gewissermaßen als das Tor in den Süden Frankreichs. Was ja für die französische Krone auch immer noch nicht ein ganz so sicheres Gebiet war, weil man noch immer mit der Herrschaft der Krieger aus dem Norden ein wenig fremdelte. Im Jahr 1428 hatten die Engländer eine Offensive gegen das Gebiet des ehemaligen Thronfolgers Karl begonnen. In Orléans sollte eine Vorentscheidung über die realen Machtverhältnisse im Königreich Frankreich herbeigeführt werden. Viel Orléans, so konnten die englischen Truppen weit in das Gebiet südlich der Loire vorstoßen und die Stellung des Herzogs von Orléans und des ehemaligen Thronfolgers nachhaltig erschüttern. Ja, es war diese Lage, die dem Kampf um Orléans ein Symbolcharakter für die Zukunft des französischen Königtums verlieh. Vor Orléans hatten die Engländer eine starke Besatzung zusammengezogen und Befestigungen errichtet. Die Burgunder, die die englischen Truppen verstärkt hatten, waren allerdings abgezogen, bevor Johanna dort eintraf. Anders als über das Zusammentreffen mit Karl gibt es über die Lage in Orléans, in der belagerten Stadt, über das Eintreffen Johannas, über ihren Auftritt und seine Wirkung, dann zahlreiche Quellen. Johannas Eintreffen in der Stadt sorgte offenbar für eine ganz neue Zuversicht. Ja, Johanna machte Eindruck auf die Soldaten und sie wurde in Orléans begeistert Empfang. Bei einem Ausfall gegen die englischen Besatzer gelang am 8. Mai 1429 ein deutlicher Sieg. Und diese Niederlage bewegte die Engländer abzuziehen. Tja, Johanna war eben im Auftrag des Herrn unterwegs. Aber es ist ja nicht verwunderlich, dass es eine lange Diskussion darüber gibt, welchen konkreten Anteil Johanna nun wirklich an diesem Erfolg hatte. Nein, das ist es nicht. Kann man denn sagen, welche Rolle sie bei diesen Kämpfen zur Vertreibung der Engländer spielte? Kämpfte sie selbst? Führte sie die Truppen an? Oder rief sie zum Kämpfen auf? Wissen wir also, was sie tat? Nun, Johannas Einsatz und ihrem Mut wurde ein entscheidender Anteil an dem Erfolg zugeschrieben. Sie selber verstand ihre Mission als einen kriegerischen Auftrag. Noch während sie in Poitiers examiniert wurde, hatte sie an die englischen Belagerer von Orléans einen Brief geschickt, der ihre Ziele klar formulierte. Zitat, Und ihr, Bogenschützen, Kriegsleute, Hofleute und andere, die ihr vor der Stadt Orléans liegt, geht im Namen Gottes in euer Land zurück. Und wenn ihr das nicht tut, so wisset, ich bin Kriegsherr und wo immer ich eure Leute in Frankreich finde, werde ich sie verjagen, ob sie wollen oder nicht. Und wenn sie sich widersetzen, werde ich sie töten. Ich bin von Gott, dem König des Himmels, hierher gesandt, um euch Mann für Mann aus Frankreich hinaus zu schlagen. Das klingt nicht friedlich. Sie legte aber später im Prozess Wert darauf, dass sie selber niemals Waffen geführt oder sie benutzt hätte. Aber natürlich starben die englischen Soldaten in den Kämpfen, zu denen sie die Franzosen antrieb, ganz real. Ja, das waren erfolgreiche Kämpfe. Im Juni gelang es dann im Zuge eine Offensive, die englischen Truppen aus dem Gebiet, um Orléans zu verdrängen. Und die Siege gaben Karls Anspruch auf den Thron seines Vaters neue Kraft. Karl zog mit einem Heer über Troyes nach Reims, zum klassischen Krönungsort der französischen Könige, den haben wir im Clotwig-Podcast bereits erwähnt. Und am 17. Juli 1429 wurde Karl VII. in Reims dann zum französischen König gekrönt. Johanna stand neben ihm, mit ihrer eigenen Standarte. Eine Erfolgsgeschichte soweit. Und dennoch war es nicht mehr weit, bis Johanna auf dem Scheiterhaufen stand. Wie kam es nun zu diesem Umschwung? Nun denken Sie an Fortuna. Auch Johanna erlebte diesen Glückswandel. Ihre Geschichte ist die Geschichte einer mutigen, jungen Frau mit einer einfachen Mission in einer komplizierten Lage. Diese Lage blieb auch nach der Krönung Karls kompliziert. Er war nun französischer König, aber seine burgundischen Feinde hielten die Hauptstadt Paris besetzt. Johanna wollte die Rückeroberungen fortsetzen. Tja, aber als König wollte Karl nun handeln wie andere Könige dieser Zeit. Umsichtig, diplomatisch und vorsichtig. Nun, politisch halt. Das ist ja nicht unbedingt ein Fehler. Johanna stand für eine geradlinige Politik ohne Zugeständnisse. Sie wollte die Engländer aus dem Land haben und ihre burgundischen Verbündeten sollten den legitimen französischen König Karl VII. anerkennen. The lady was not for turning. Aber Karl sah die Grenzen der militärischen Möglichkeiten, die Gegner waren mächtig. Er hatte ja jetzt auch etwas zu verlieren und so trennten sich die Wege der beiden. Und wir kommen zu Punkt 3, denke ich. Ja, wir kommen zu Punkt 3. Da wir hier auch gern mal die Geschichte aktualisieren und da wir hier ja auch unter uns sind, muss ich sagen, dass mich das Ganze entfernt an das Duo Fidel Castro und Che Guevara erinnert, der die Revolution nach dem Sieg in Kuba weiter vorantreiben wollte und dann in Bolivien in die Falle ging, während Castro noch sehr lange in Kuba regierte. Ja, den Vergleich finde ich auch ganz überzeugend und gut, dass uns keiner hört. Wobei dieses Personal für unsere Studierenden auch nicht mehr ganz so aktuell ist. Aber Johanna zog in der Tat wieder in den Kampf und dann in die Gefangenschaft und in den Tod. Johanna zog nach Paris, um die Hauptstadt zurückzuerobern. Ihr Ruhm eilte ihr voraus, doch erste Rückschläge stellten sich ein. Der Angriff auf Paris wurde an einem kirchlichen Feiertag, dem Geburtstag Mariens am 8. September 1429 unternommen. Er schlug fehl. Die Politik der Handstreiche war an ein Ende gekommen. Nun musste Johanna mit dem wechselnden Kriegsglück leben. Sie war in der politischen Normalität angekommen. Im Mai 1430 geriet sie dabei bei Compiègne in die Gefangenschaft der Burgunder. Wie es üblich war, verlangte der Militärführer, in dessen Hände sie gefallen war, ein Lösegeld für seine prominente Gefangene, das er schließlich auch erhielt. Ja, das ist ja nun ganz typisch für diese Zeit des Geldes. Aber hätte Karl VII. sie da nicht auslösen können? Immerhin verdankte er ihr ja seine Krone. Das wirft in der Tat kein gutes Bild auf Karl. Es sind keinerlei Versuche bekannt, Johanna aus der Gefangenschaft freizubekommen. Der neue Königshof verfolgte den Prozess, ihre Verurteilung und ihre Hinrichtung aus der Entfernung, ohne zu intervenieren. Und so konnte sie der Herzog von Bedford, der englische Stadthalter, auslösen und vor ein Inquisitionsgericht stellen lassen. Der Prozess begann am 9. Januar 1431. Es ging aus englischer Sicht darum, Johanna als Ketzerin verurteilen zu lassen, damit ihre Unterstützung für Karl VII. nicht als göttliche Mission, sondern als vermessene Anmaßung unter teuflischer Einflüsterung erschien. Damit die französische Herrschaft des englischen Königs nicht gefährdet wurde, die man im Vertrag von Troyes vorgesehen hatte. Wenn Johannas Berufung auf den Erzengel Michael geglaubt würde, der sie zum Sieg in Orléans geführt hätte, um Karl VII. zur Krönung nach Reims zu begleiten, dann hätte es ein Problem mit der Legitimation des Sohnes von Heinrich V. gegeben und dagegen wollte man eben vorgehen. Ja, Johanna hat im Prozess ausgesagt, dass das Zeichen darin bestand, dass der Engel ihren König bestärkte, indem er ihm die Krone brachte und ihm sagte, mit Gottes Hilfe und durch ihr Bemühen werde er ganz Frankreich vollständig haben. Die Übermittlerin solcher Botschaften von der königlichen Sendung Karls VII. sollte im Prozess als Ketzerin entlarvt werden. Ja, es ist ein berühmter Prozess. Tatsächlich gab es zwei Prozesse. Den englisch-burgundischen Prozess, der zur Verurteilung und Hinrichtung führte und dann später den französischen Prozess zu ihrer Rehabilitation. Und zur Rehabilitation der Franzosen, die an der ersten Verurteilung beteiligt waren, indem man nun die Verantwortung dafür an die Engländer abtrat. Die Richter im ersten Prozess warfen Johanna Überheblichkeit vor, da sie sich darauf berief, vom Erzengel Michael, der heiligen Katharina von Siena und der heiligen Magdalena direkt beauftragt worden zu sein. Die Akten des Verhörs sind zum Teil erhalten und sie lassen eine selbstbewusste junge Frau im Alter von 19 Jahren erkennen, die keinen Zweifel an ihrer Sendung hat. Diese Protokolle sind eine interessante Lektüre. Johanna wird ja mitunter sehr martialisch dargestellt, aber im Verhör legte sie großen Wert darauf, bei ihrem Einsatz keine Menschen getötet zu haben. Wir zitieren mal eine Passage. Johanna Ich hatte eine Fahne, deren Grund von Lilien übersät war. Darauf war die Welt dargestellt und zwei Engel zur Seite. Sie war weiß, aus weißer Leinwand, auch Bucassin genannt. Darüber waren die Namen Jesus Maria geschrieben, glaube ich. Sie hatte Seidenfransen. Waren diese Namen Jesus Maria oben, unten oder seitlich aufgemalt? An der Seite, glaube ich. Was war euch lieber, eure Fahne oder euer Schwert? Meine Fahne. Sie war mir viel lieber, hundertmal lieber als das Schwert. Ich trug meine Fahne selbst, wenn ich angriff. Ich wollte vermeiden, einen Menschen zu töten. Niemals habe ich einen Menschen getötet. Zitat Ende. Die Inquisitoren fragten ja sehr genau nach, um Johanna in Widersprüche zu verwickeln oder in die Enge zu treiben. Aber wirklich erfolgreich sind sie dabei nicht. Johanna erschien meistens sehr präsent, aufmerksam, auch schlagfertig. Dabei war sie eine junge Frau ohne formale Bildung, die nicht einmal lesen konnte, die einer ganzen Riege versierter Inquisitoren gegenüberstand. Scharfsinnig ist ja auch folgende Passage. Der Inquisitor fragt ja auch ganz genau nach. So am Donnerstag, den 1. März 1431. Der Richter, welches Aussehen hatte der heilige Michael, als er euch erschien? Ich habe ihn nicht mit der Krone gesehen. Von den Gewändern weiß ich nichts. Der Richter, war er nackt? Meint ihr, Gott habe nichts, ihn zu kleiden? Zitat Ende. Nun, das half ihr letzten Endes nichts. Am 14. Mai wurde Johanna von ihren Richtern als Hexe, Schismatikerin und Wahrsagerin verurteilt. Überraschenderweise zeigt sie sich schuldbewusst und bußfertig. Und so verurteilte man sie zu lebenslanger Kerkerhaft. Aber drei Tage später widerrief sie ihr Geständnis. Sie hatte im Gefängnis wieder Männerkleider angelegt und nun verfiel sie der Strafe für rückfällige Ketzer, dem Tod auf dem Scheiterhaufen. Am 30. Mai 1431 wurde Johanna von Orléans auf dem Marktplatz in Rouen verbrannt. Nach dem Sieg der Franzosen im Hundertjährigen Krieg 1453 wurde sie 1456 in einem zweiten Prozess rehabilitiert und 1920 sogar heilig gesprochen. Sollten wir noch danach fragen, wie real ihre Visionen waren, ob sie den Erzengel Michael gesehen hat oder ob sie auch schizophren war? Nein, das sollten wir nicht. Wir sind nicht das jüngste Gericht und unsere Zeit läuft aus. Wir sprechen hier über eine mutige junge Frau, die allein vor einem Gericht stand, das sie verurteilen wollte. Sie stand allein, ohne Beistand und sie hatte einen starken Auftritt. Das muss man wohl sagen, egal wie man ihre Rolle in den zwei Jahren zuvor beurteilt. Okay, und wir sollten noch ein kurzes Wort zu dem Ausgang des Hundertjährigen Krieges sagen. Ja, unter Karl VII. formierte sich die französische Monarchie trotz erheblicher Probleme neu. Karl VII. konnte das Blatt wenden. Er reformierte seine Armee und führte neue Verbände mit professionellen Kriegern ein. In verschiedenen Schlachten in den späten 40er Jahren eroberten seine Truppen dann die lange von den Engländern gehaltenen Positionen zurück. Im Jahr 1453 übernahm der französische König die Herrschaft über Bordeaux. Damit hatte die englische Krone die Gascogne verloren, deren Sicherung eines der großen Kriegsziele in dem langen Krieg gewesen war. Und damit ist es nun Zeit für die Bilanz. Im Februar 1429 befand sich die französische Krone in einer schweren Krise. Die Gegner schienen übermächtig und der Thronfolger, Karl VII., hatte nach dem Tod seines Vaters auf die Krone verzichten müssen. Da suchte ihn ein junges Mädchen auf, das von der Mission erfüllt war, den Thronfolger zur Königskrönung zu führen und dem Kampf gegen die Gegner der Krone neuen Elan zu verleihen. Dies gelang ihr. Und bevor Johanna 1431 einem politischen Inquisitionsprozess zum Opfer fiel, war das französische Königtum wieder zu einer eigenständigen Kraft geworden, die schließlich die englischen Truppen aus Frankreich vertreiben konnte. Und nun folgen noch die Daten. Das tun sie und hier folgen sie. 1412 war die Geburt Johannas. 1415 war die Landung König Heinrichs V. von England mit einer großen Armee in der Normandie. Am 25.10.1415, Schlacht bei Agencourt, siegte Engländer über die Franzosen. 1420, das Bündnis des Herzogs von Burgund mit dem englischen König. Ausschluss Karls VII. von der Thronfolge. 1422 folgte dann der Tod Karls VI. von Frankreich. Im Jahr 1425 hatte Johanna ihre ersten Visionen. 1429, und zwar am 8.05. dieses Jahres, erfolgreiche Verteidigung von Orléans gegen die englischen Belagerer. Und da hatte Johanna eine wichtige Rolle bei diesen Kämpfen. Am 17. Juli 1429 wurde Karl VII. in Reims zum König von Frankreich gekrönt und Johanna stand neben ihm. 23.05.1430 erfolgte dann die Gefangennahme Johannas vor Paris durch die Burgunder. Am 30.05.1431 wurde Johanna schuldig gesprochen nach einem mehrmonatigen Inquisitionsprozess und auf dem Scheiterhaufen hingerichtet. Ja, das war er wieder, der Augsburger Mittelalter-Lehrpodcast. Bleiben Sie uns gewogen. Gratt until dean trabajando. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.